Okay, Friends, was geht ab? Wir reagieren auf das neueste Video von Iratia. Situation mit Anzeigenhauptmeister eskaliert. Ich nehm mal an, der hat irgendwas parodiert. Alles klar, let's go. Nikolaus Matthias hat ein bizarres Hobby, weil er leidenschaftlich gerne... Haha, Polizei. ...eine Falschparkerjagd nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute ist er in Dortmund auf Streife. Anzeige will ich jetzt weiter. Ui, gut, gut! Da vorne haben wir schon den ersten Treffer. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Fußgänger. Ja. Hm. Sie waren doch jetzt grad behindert. Sag mir nicht tief raus, was das? Behindert, oder? Sie wollten hier langlaufen und müssen dann aber auch... Krass. Ja, ich versteh sowas auch nicht. Aber ihr müsst da rein. Warum machen Sie das? Achso, ich hab's für die E-Auto. Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen, weil die Leute denken, sie können parken, wie sie wollen. Jetzt grad am Wochenende denken sie, Ordnungsamt kommt ja nicht. Aber ja, dann kommen halt Leute wie ich. Das ist ein Behindertenparkplatz hier. Ich bin so perfekt. Sie müssen jetzt gar mehr extra kommen. Ne, man darf leider... Wie die Leute hat auch darauf antworten, ne? Man darf hier nicht mal halten. Sind Sie von der Polizei? Er hat einfach Part-Up gemacht. Stimmt, Digga. Extra fürs Video. Ne, ne, aber ich mach das freiwillig. Ich hab hier so eine Falschparker-App. Toll. Wie gesagt, meine Tochter ist gleich da. Ja, alles gut. Sie bekommen da Post einfach. Ne, ich habe keine Post. Das lassen Sie jetzt mal. Sie stehen hier auf der Straße. Also man darf hier nicht parken, aber auch nicht halten. Was soll ich machen? Soll ich rumfahren? Das weiß ich nicht. Ist das Ihr Auto? Ja, hier ist es. Steht auf dem Behindertenparkplatz. Ja, ja. Wir sind gleich weg. Wieso? Wir sind gleich weg. Ja, ja. Ich schick... Was machen Sie jetzt? Ich mach nur ein Foto. Schickt das ins Ordnungsamt. Nein, 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 nein. Sie dürfen hier nicht halten. Ja, ja. Wir machen nur ein Bild. Guck mal. Wir wollen nur ein Foto machen. Sie dürfen hier nicht mal halten. Also es geht nicht darum, es parken. Wir dürfen hier nicht halten. Warte, warte, warte. Dankeschön. Das warst du jetzt mal sofort. Ne, das ist hier im Behindertenparkplatz. Ja, das ist sehr schön. Deswegen hab ich heute auch freigelassen. Ja, ja, alles gut. Sie kriegen einfach einen Posten, dann ist es auch gut. Sie bekommen keine, ganz bestimmt keine Posten. Und Sie halten sich jetzt mal ganz gut? Ne, Sie halten sich bitte an die Straßenverkehrsordnung. Dann hätten wir ja das Problem auch gar nicht. So, ich ruf jetzt mal an. Das war die Polizei. Ja, da können wir auch gerne rufen. Also ich mach einfach immer ein paar Fotos, dann muss das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich bin Taxi. Nein, ich halt mich da raus. Ja, ist auch okay. So, haben wir wieder einen. Ja, ja, ist schon rausgeschickt. Sie sind da... Ich mache sie so. Wir machen... Wieso machen sie so? Es ist ein Hobby. Einfach ein Hobby. Das ist mein Hobby. Ich mach das privat. Ich bin eine Privatperson. Ja, Sie sind eine böse Mensch. Das ist der Account. Nein, nein, gut, gut, gut. So eine Scheiße. Wir parken und nur ein Bild zu machen und er macht Fotos. Sie sind bescheuert. Warte, warte, warte. Ich muss jetzt noch ein paar andere... Nee, nee, nee. Ich mach das nur... Nee, nee, nee. Ich muss jetzt weiter. Nee, gut, gut. Ich muss noch ein paar weitere Falschparker finden. Warte, warte, warte. Diese zwei Herren waren übrigens seine Nachbarn. Doch Nikolaus kennt keine Gnade. Sogar das für ein Nachbarn hat ein Angebot. Warum machen Sie das? Ey, das war so geil gerade. Ey, die armen, die zwei Männer. Die hängen sich gerade nur... Tö, seite Strafe, wohin? Das ist ein Hobby, ist mein Hobby. Finden Sie, das ist richtig so, oder? Na ja, ich sag mal, ich schade dem Einzelnen, aber die in der Allgemeinheit. Aber machen Sie doch Ausbildung dafür. Muss man sowas Ausbildung machen? Genau, und hier gibt's Gesetze und... Ja. Ich sorg halt dafür, dass... Deswegen, Ausbildung ist dafür, dass man irgendwas lernen kann und Leuten helfen kann. Also, aber nicht einfach so bei jedem Fremden geht. Und das kann gefährlich für sie sein. Boah, stark. Stark. Stark, stark. Der Typ ist stark, Digga. Wollen Sie mir drohen? Ich würde mich anzeigen dann. Mich? Ja. Warum? Weil du mich bedrohst. Nein, ich drohe dich gar nicht. Ich sag dir nur, das geht nicht so in Deutschland. Hilfe! Hilfe! Ist alles gut. Also, ich bin raucht. Ja, wir hatten jetzt hier wieder ein paar, die hier illegal geraucht haben. Wie man sieht, hier darf man nicht rauchen. Wir schicken das ans Ordnungsamt. Muss das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Ob die das dann verfolgen oder nicht, können die dann entscheiden. Ja, gehen wir auch mal weiter. Warum machen Sie das? Der steht auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Mach ich jetzt ein Foto von. Gibt wahrscheinlich 70 Euro einen Punkt. Achtung, einmal Platz machen, bitte. Achtung, einmal. Danke. Was habt ihr gerade gesagt? Nichts. Aber Nakuim habt ihr gesagt. Na, Alter, stimmt gar nicht. Ich habe ein bisschen türkisch gelernt. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Mach mal weiter bitte. Wie heißt du? Mohammed Ali. Ein richtiger Name. Mohammed Ali. Ja, aber Allah, muss man sagen. Der macht das echt geisteskrank gut nach. Muss man sagen. Hut ab. Willst du mir drohen? Ich drohe niemanden, aber fahr weiter. Diese kleinen Ausländer. Wenn die ihre Stimme erheben, habe ich die Liebe. Ich wollte weiterfahren. Ja, los. Das ist eine Sache zwischen Mohammed Ali und mir. Mohammed Ali? Ja, Junge. Ich bin Mike Tyson. Habe ich schon mal zwei Namen. Wir treffen Nikolaus am nächsten Morgen in einer brenzligen Lage. Was ist da gerade passiert? Ach, das gibt eine Anzeige. Da werde ich schön abkassieren. Das ist natürlich, seit die Doku über mich veröffentlicht wurde, habe ich da natürlich eine gewisse Bekanntheit. Und da bleibt sowas natürlich nicht aus. Aber das bestärkt mich nur umso mehr, dass ich das Richtige tue. Ja. Machen wir weiter. Der Anzeigenhauptmeister, da wurde ja wohl geschlagen, haben welche gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall, auch wieder so zu der Sache, Digga. Wallah, hart. Ich hoffe, ich hoffe, der hat sich nicht allzu dolle verletzt. Das tut mir schon ein bisschen leid. Auch wenn das ein Mensch ist, mit einem scheiß Charakter. Also das, was er macht, ist auf jeden Fall scheiße. Und nervt die Menschen. Aber trotzdem, da muss ich sagen, ich habe da ein bisschen was gelesen und so, auf TikTok und so weiter. Das tut mir schon leid, ja? Jo. Hallo? Sie dürfen ja nicht stehen. Nein, das war jetzt echt nicht. Nein, aber sie haben jetzt hier... Bruder, seine Mutter, tut mir leid, sie hat Interview gegeben, er kam wohl nix dafür, ist ein Zwang. Was laberst du? Echt? Wo ist das Interview? Sag mal. Boah, Wallah, die arme Mutter. Ist schon gestanden, leider. Ich habe das gerade schon gesehen, ich habe schon ein Foto gemacht. Aber was hättest du? Nicht, leider ist das Ordnungsamt weiter, muss das Ordnungsamt gucken, was es draussen macht. Ich darf ihn halten, drei Minuten. Ich habe die Zeit auch gestoppt und das fotografiert. Ich weiß nicht. Ey. Sie dürfen... Ihr wisst halt die Leute, die er verarscht hat. Die sind gerade so zu Hause. Oio, 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 oio. Bitte keine Strafe. Wann kommt dieser Brief? Wann kommt dieser Brief? Wir dürfen hier nicht halten. Sie behinderten den Straßenverkehr. Das ist ein Fieberstreifel. Sie behinderten den Straßenverkehr, das dürfen Sie nicht. Das ist ein Fieberstreifel. Absolutes Halteverbot hier. Was genau produziert ihr hier gerade? Wir wollten für unsere Freunde was drehen. Ach so, cool. Also, das ist nichts irgendwie Offizielles. Hast du ihn drauf auf der Kamera? Nein. Kann ich das einmal sehen, bitte? Eure Aufnahmen? Du darfst doch gar nicht auf mein Handy schauen. Du hast nicht das Recht, mich zu fotografieren oder zu filmen. Und wenn ich jetzt sehe, dass du ein Bild von mir gemacht hast, dann müssen wir die Polizei dazu holen. Aber du darfst in mein Handy gar nicht reinschauen. Dann macht die Polizei das. Ja, dann rufen wir jetzt die Polizei. Okay, dann rufen wir die Polizei. Das ist hier irgend so ein Vogel, wir wollten hier ganz normal ein Video drehen. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Ihr steht mit einem Rad auf dem Gehweg. Der Typ war einfach still bei Vogel. Also, weil er das eine Anzeige gesagt hat. Und jetzt? 50 Euro. Was da? Seid wir am Polizei auf Fahrrad? Was steht da? Nix. Wie? Nix. Kannst du ihn schließen? Das steht doch nicht. Das wird mir jetzt gerade hier zu dumm. Wie man sieht, werde ich auch ein bisschen aggressiv angegangen. Ich werde es ans Ordnungsamt weiterleiten und dann muss das Ordnungsamt gucken, was du es machst. Ja, kannst du das noch weichen? Nee, du fass das bitte nicht an. Das gibt uns eine Anzeige bei der Polizei. Plötzlich wird die Situation gefährlich. Die aggressiven Halbstarken versuchen Nikolaus, das Fahrrad zu klauen. Du lässt jetzt meine Sachen los. Hilfe! Hilfe! Nur durch ein geschicktes Manöver gelingt es ihm gerade noch, die Flucht zu ergreifen. Geil, Alter! Warte, warte! Ganz kurz, ich mach Spaß. Es tat mir leid am Ende. Deswegen wollte... Der hätte fast von den beiden den Arm ruiniert. Du musst dich auflösen. Wir haben nur Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Hey, warte! Das muss man sagen. Sehr, sehr gutes Video, Digga. Ha! Stark! Stark! Gut gemacht, ja man! Gut gemacht, ja man!